sounds wie beim zahnarzt geht es einem direkt besser so meine lieben es geht mir schon ein wenig besser und was hast du mir gemacht baguette das ist doch was schönes mit backofen und alles so jetzt habe ich was für euch also erst einmal moment meine freundin kannte den film nicht zurück in die zukunft es ist auch das auto der delorean der irgendwann in der garage steht ob du willst oder nicht schatz doch du saßt letztens in ein und wie war's vergiss es einfach leute ich die alle männer ihr wisst genau was gemeint ist ihr wisst genau und jetzt kommt noch jetzt brauche ich eure hilfe also es ist eine schande wirklich nach dem film wirst du das auto lieben und wir werden hier bericht erstatten aber jetzt erst mal achtung ich brauche euch aber jetzt noch mal kurz kann am montag kann die nächste impfung mich wieder umhauen nein oder am montag ist wieder was finde tollwut die kann mich jetzt wieder den montag drauf nicht doch wieder und dann noch mal hepatitis a und b ich glaube wenn man einmal jetzt wirklich drei tage fieber hatte ist doch vorbei oder da sind doch bestimmt ärzte hier bei meinem instagram wo sind die doktoren so ist echt krass freude muss immer mitteilen müssen auch live im stream alles geht hier ab aber das gegnerische wintersdorf ist nach dem 9 0 nach der halbzeit nicht mehr rausgekommen haben gesagt wir brechen ab an der stelle trotzdem grüße gehen raus sc baden baden stolz so meine lieben stream ist vorbei wir sind jetzt tatsächlich noch vier stunden bis nach essen nrw gefahren für eine messe und da freue ich mich riesig war auch ganz sicher mein persönlicher wund schmink and beauty da freue ich mich ganz besonders morgen da komme ich vorbei bei l'oreal da könnt ihr mir richtig schön mal das gesicht zu klatschen und im besten fall ist dr man noch da und spritzt mir direkt das botox ins kleinern es wird wunderbar toll wird jetzt auf der messe für schminke und alles werden aber gleich im stream von miss germany sein schaltet ein seid dabei die zehn minuten oder so bin ich ich bin am start bei miss germany weil kummer wer auch da ist hey geiler stream bei miss germany miss germany war echt geil muss ich ehrlich sagen ich hätte nicht gedacht dass mich hier auch so viele mädels erkennen jetzt hätte man nicht gedacht ich habe gedacht das ist die erste messe in der man ein bisschen ruhe hat hat man nicht verdammt verdammt renn hier rum schminke und kosmetik das ist mein neues ding ab sofort bin ich beauty fluenza wir machen hier fotos mit dem mädels ich hätte auch nie gedacht dass ich auf der beauty messen fotos macht währenddessen und sind die nagellacke gut oder was wunderbar danke ich mag es wenn alte bekannten einfach ihre schulden endlich bezahlen ich wollte gerade noch 40 cent bei ihm kassieren soll ich machen ich habe mittlerweile selber ziehe oder wie meide ich freue mich auf den auftritt gleich freu mich sehr ich verkack ihn bestimmt hoffentlich playback leute ich bin hier auf der flo in essen jetzt die hölle los wie man sieht ganz ganz viele leute auch tolle leute getroffen ganz tolle leute getroffen beauty und schönheit ja ich habe auch gedacht weißt du